BINCHER WANNA PARTY LIKE CHRIST CARLEY So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Duo Rank mit Drist, Rocket League. Ähm, ja. Bis jetzt halten wir eigentlich, ich glaub bis auf eine Folge, halten wir eigentlich unser Maß, dass wir eins gewinnen, eins verlieren oder halt andersrum. Ähm, das wird sich jetzt ändern. Ja, Freunde? Jetzt geht's andersrum. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Einmal nicht gegen Profis. Das wär schon mal, das wär schon mal ein Anfang. 3, 2, 1, jetzt geht's los. Ähm, wieso kannst du das hören? Wir haben uns einen Schlachtplan gemacht. Mal schauen, ob der funktioniert. Kennst du, ne? Ja. Wer schafft das Popcorn innerhalb des Spiels? Genau. Gewonnen! Haben wir gewonnen? Ja! Und genau so, so geht das los, Freunde. So sind die Punkte. Das ist die Dominanz, ja. Man muss nicht erst, wenn man auf dem Platz ist, sondern vorher schon Akzente setzen. Der Gegner muss schon Angst haben, überhaupt durch den Platz aufzulaufen. Psychologische Tipps. Genau das war der Plan, den wir uns ausgemacht haben. Aus der Entfernung agieren. Und die Psyche beeinträchtigt sich. Man muss irgendwie mit Popcorn auf dem Platz laufen, Bier in der Hand. Und Shisha. Genau, Shisha. Und dann haben die Leute Respekt vor dir. Ja? Achso. Ähm. Neues mit suchen. Achso. Wir waren schon am suchen. Du kannst die PS4 jetzt schnell. Ne. NSA is watching you. 3, 2, 1. Da gehts noch los. Bis nächstes Mal. Mal gucken. Warte, wir wollen grimmig gucken. Gucken wir da ganz grimmig. Was ihr jetzt gar nicht sehen könnt. Ähm. Der Ladevorgang. Ja. Ja. Respekt. Okay. Sie trauen sich trotzdem. Müssen wir ran. Driss. Du. Ja. Lass ruhig Zeit. Okay. Ich bin im Tor. Okay. Der springt gekönnt anheben. Das muss man so erstmal machen. So. Irgendwie hat No-Sound, oder? Irgendwie ist das... Oh! Da ist das Ding. Der Ton ist irgendwie weg. Haha. Auch nicht schlimm. Ich hoffe, man hört es aber ingame. Was ist mit dem Ton los? Ja. Äh. Ich weiß jetzt nicht, ob man ingame noch den Sound hört. Bei uns ist es auf jeden Fall weg gerade. Ist auch nur halb so schlimm. Weil... Herr Skrüssel. Da kann man sich mehr auf, äh... Die Dominanz auf dem Platz konzentrieren. Oh. Ich hoffe, wir verlieren es nicht. Dann rauscht's. Dann rauscht's. Und dann ist der ganze Radio empfangen. Oh! 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 Was? Schön, mit dem Fall hab ich es ja weitergeleitet. Und jetzt musst du machen. Jetzt... Jawoll! Schön, wie im letzten Spiel. Genau so musst du deine klare Linie bewahren. Einfach nur zerstören. Hast du denn? Ja, ich bewach den. Sind die überhaupt noch da? Ich hab den bewacht. Das machst du gut für Fifi. Oh! Scheiße! Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Ja! 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 Alter! Hast du denn da vorbei geflogen? Alter! Das hat er drauf... Ui! Das macht er professionell. Das macht er nicht zum ersten Mal, wie der daran vorbeifliegt. Hast du ihn? Oh! Alter! Wie der an den Bällen vorbeifährt das! Das ist ein Drängler. Unglaublich! Ich bin mit... Warte! Ja! Ball kommt! Ball kommt! Nur du! Ja! Ja! Hast du ein gutes Mal! Schönes Ding! Ich hab ihn nochmal zerstört. Reicht, oder? Ey! Das ist der Wahnsinn, was wir uns hier ausgedacht haben. Gegen... Stinktofu! Hat er da so viel dran? Ja! Klar! Stinktofu hat ihn drin gelenkt. Und dann... 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 Da brauchen wir erst noch einen Match. Boah! War das close! Halt! Oh, ich schläg mich grad... Oh, ich lege einfach kurz hier hinten. Alter! Ich lege mich einfach kurz hier. Ich lege halt aber, weil er auch so luft die Nummer. Wow! What the fuck! Tor! Nein! Was machst denn mit dem? Was machst denn du hier? Was machst du denn? Naja, du musst den direkt machen! Tufu! Stink... Stinkt... Ufu? Oder Stinktufu? Das war ein geiles Eigentor. Ja, das war so. Das war nicht so schlecht, du bist. Ich falle lieber nach hinten. Oh, Toro! Ja, also... Ich liege auf dem Dach. Das hab ich auch schon gemacht im Nachmachen. Ja! Schön! Die kannst du so oder so nicht halten. Natürlich! Wie? Fliegen! Also... Springen und dann Turbo. Gibt's die Taste? Ähm... Was? Oder kann man ein Sprachbefehl fliegen? Ja! Achso! 2-2 los und fliegen. Fliegen und Teppich. Los geht's! Muss ich sagen. Was ich überhaupt hören? Ja! Jetzt konzentrieren wir uns. Voll und ganz... Oh! Der geht! Instant! Pass auf! Oh! Der geht! Der geht! Nein! Den hält er! Bist du da? Bist du da? Nö! Ordentlich! Glockt! Jetzt musst du aber! Jaaa! Können wir! Ja! Und jetzt nach vorne! Ja! Du willst doch nichts, ne? Das ist doch rückwärts, ne? Was soll man den denn halten, ey? Mann, der war so gut geschossen! Springen! Ja, komm! Bin ich doch! Rückwärts! Ich hätte vielleicht noch ihn spielen können! Ja! Ist egal! Die... Die knallen wir noch weg! Denk an die Dominanz! Wir lassen nach! Wir haben vergessen ernst zu gucken! Das ist alles! Ja! Weil du keine Angst mehr hast vor deinem Gegner, dann ziehst du die halt ab! Angst ist... Schlecht! Respekt ist okay! Ne, ne! Die müssen Angst haben! Respekt reicht mir nicht! Ja, hast du? Seh! Okay! Jetzt nach vorne das Ding! Jetzt nach vorne das Ding! Und jetzt nach vorne das Ding! Ja, lass dich nicht! Ja, musst du! Geh weg! Oh! Danke! Oh! Untere Latte-Wichs, das hier weht! Da sind wir zurück, ja? Da ist der ernste Blick! So! Guck mal, schön mit dem Heck! Wurden wir mal wahr, junge Eintragung! Ist! Ein Bilderbuch! Du! Ja! Ja! Der geht! Nicht! Schade! War auch voll weit her, joe, dass ich sage, dass der geht! So! Mach was draus! Mach mal Sachen! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Schade, dass der mich dreht! Ey! Wenn der mich nicht dreht, hätte ich ihn glaube ich noch sehr gut bekommen! Bin mir aber gerade auch nicht so sicher! Aber ich gedenke! Dredenke! Dredenke! Ich klare einfach erstmal zur Seite! Danke! Du musst! Ich bin kaputt! Ich bin wieder da! Du musst reinziehen! Der hat den Toro! Den 100er? Das ist nicht so gut! Ich bin vorbeischwungen! Du musst! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Was denn? Bin da! Zur rechten Zeit! Und nach vorne! Bist du vorne? Ja, vorne! I'm legend! I'm legend! I'm legend! Junge! Ist das... Pornös! Was machst du jetzt? Alles alleine! Was ist das? Naja, wenn du hier ein Toro schießt! Naja! 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 Muss mal ein paar Akzente setzen! Nicht nur knabbern! Knabbern fetzt! Knabbern fetzt! Aber... Toro schießen auch! Oh Gott! Jetzt müssen wir... Schneller hinten! Schneller hinten! Und ich mach mal eine... Bist du vorne? Nein! Oh, der geht! Bist du hinten? Bist du vorne? Der muss rotieren! Rotieren! Ich rotiere hier schon! Digga! Rotieren! So, der ist weggefeuert! Mach was! Mach du was! Mach mal Sachen! Hm? Der macht einen... Wo bist denn du? Ich war vorne! Ich sag bis hinten! Nee! Du bist immer da, wo du nicht sein sollst! Nee! Ist okay! Ist kein Problem! 4-4! Boah, Dino! Alter! Schreibt denn Nubis zu uns oder was? Meint der uns? Oh! Was lassen wir mal, Leo? Ja, wir lassen sie provozieren! Klassköp! Wahrscheinlich schreibt er Nubis. Ist Profi, wenn wir spielen auf Anfänger! Da steht 4-4! Ja, passt auf! Wenn wir gewinnen! Wenn wir gewinnen! Dann, dann kriegt er das alles zurück! Und dann schreibt er das nie wieder! So, wir müssen bloß gewinnen! Nennen! Nennen! Oh! Machen! Ja, wir selber machen! Machen wir! 5-4! Warte! Jetzt kannst du ihm schreiben! Nuuuup! Bies! Du hast Nubis geschrieben, oder? Nubis! Er hat erst einmal geschrieben! Genauso! Jetzt ist er dran! Also, jetzt wird er nämlich voll aggressiv und konzentriert sich überhaupt nicht mehr! Ja! Hat er raus, das Spiel gewählt! Hat er! Und das war's! Oh! Das war's, mein schöner! Nubis! Gewinn! Ey, wir haben schon 78 Punkte! Ist das gut? Ähm... Nö! Also, ab 400 sind wir, glaube ich, in der nächsten... in der Silber hier! Aber... Nächste Folge! Wir haben einen Heiligenschein! Hab ich schon! Drücke mal! So! Ähm... Ich hätte gesagt, wir machen noch eins! Ja! Ja, wir machen noch eins! Definitiv ein neues Match! Anfänger und Profi! Ja! Und der Anfänger schreibt zu uns Nubis! Okay! Von dem anderen hätte ich es vielleicht erwartet! Von dem nicht! Ist nicht schlimm! Ähm... Wahrscheinlich, äh... Wahrscheinlich, weil LP bei meinem Namen steht, hat er sich gedacht! Ich komme ins Internet! Ich muss posen! Das war's! Genau! Das ist es! Ihr könnt ihn mit Fingerzeig leider jetzt nicht sehen! Aber das ist es! Ähm... Achso! Er sucht ja schon! 3, 2, 1, da geht's weiter! Noch mal kurz ein Schluck neben mir! Genau! Don't drink and drive! Nein! Auch auf der Playstation! Ja! Also nicht trinken und fahren, sondern erst trinken, dann fahren! So! Die Verarbeitung von seinem Playstation-Controller ist auch unter aller sauber! Die rosten schon nicht rein! Also die sind schon angesetzt! Ach! Ja! Da ist ein bisschen schmant drauf, weil ich so fettige Pfoten habe! Was ist denn mit deinem Xbox-Centroller, wenn es nur bloß geklickt oder was? Ich habe so eine Kinneschraube! Ja und Klicksystem vom Wahnsinn! Ja! Ach komm! Wie kommt Popcorn in meine Haare? Ja! Wenn du dein Popcorn immer nur so in... 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 Boah! Alter Meineomasin undotte ist komplett zu! Wo ist es eigentlich mein... lockerdauerkasten... hoch speed? Das ist jetzt왕 great! Testgo Stoff! Testgo ... Ähm ... Der lädt aber wirklich lange! he ne? Mhm! Ich weiß nur nicht, ob es an uns liegt! Oder ob vielleicht die Server schon gerade schon da sind! Hm! Wir warten noch kurz. Wir warten, dass es gleich weitergeht. Ja, nur kurz. Das ist der Folge. Das ist der Folge, ihr seht ja auch nur den Ladewitz schon. Ist ja eigentlich so schlimm. Ich pack mal die Kohl drauf. Was machst du denn? Ich mach die mal Asche ab. Ach, Asche ab. Puste. Damit sie in der Buhle liegt. Das war meine Buhle. Ja, aber ich glaube, das ist sicher. Ich weiß, dass das nicht schmeckt hat. Das schneiden wir einfach. Kein Problem. Müll-Sneider. Gehen wir mal das Hanf frei. Dann machen wir uns entspannt mal den Dampf an. Dann gehen wir mal das Hanf frei. Dann kommen wir mal entspannt um den Doppelkram. Ja. Schneiden wir raus. Kann ich ja jetzt onanieren. Das lasse ich drin. Ja, also, weiße auf, schneide es raus. Kommt sich gut. Das lasse ich sogar. Schneide ich. Lass das kurz drin. Dann schneide ich weiter. Das ist echt nicht normal. Nee. Dann machen wir mal mit der Süd. Kommt. Kommt. Also, du bist noch ein paar Trüben? Si. Baaah. Okay. Husten. So, da sind wir wieder zurück. Wir mussten gerade nochmal abbrechen, weil das absolut nicht funktioniert hat. Ich glaube, der hat sich komplett aufgehangen. Das haben wir nochmal neu gemacht, hat das wunderbar, warum es sich nicht mehr sieht. Wir haben auch wieder In-Game-Sound. Und jetzt spielen wir gegen Crazy Chris und Captain Nintendo. Nintendo. Also, das erlaubt es von Nintendo. Und wir haben gewonnen. Das ist cool. Oder auch nicht. Oder wir warten einfach auf einen neuen Gegner. Nee. Das ist ja gar nicht so schlecht. Die lesen die kleinen Schriften. N-O-D-O. Ja, Nintendo. Ist okay. Ist okay. Semi-Profi-Geldbarpizor. Nennt sich übrigens Lead Speak. Bitte? Nennt sich Lead Speak, diese Schrift. Ach. Wer es nicht weiß. Lead Speak. Ja. Kann mir die es nicht wissen. Das Wort des Tages. Lead Speak. Ja. Es geht los. Du bist. Haben wir jetzt das Flugscheißen? Haben wir jetzt das Zweifel oder so? Bam. Okay. Gut, dann geht es los. Halte den. Boah, das ist es. Wuuuh, ist der ein Younger. Ich wäre dafür, dass das Wort des Tages Endosymbiontenhypothese kommt. Weil? Weil es lang ist. Ist denn also wie Supercalifal gelistet. Das sehe ich expi-allegetisch. Ja. Oder Donut, dann schön kurz Kapitänz. Abfall mit Halter. Mit Doppel-Z und B-Bratpfanne. B-Riss. Ja. Oder Bratpfanne. B-Bratpfanne mit Doppel-Z? Unsinnig. Schreib mir sie mit 3. Udo. Udo? Stimmt, nach der neuen Rechtschreibung, ja. Oh, scheiße. Ja, das war mein. Ja, das ist ja ein Problem. Jonas Siloslu. Vielleicht heißt es ja auch Jonas Siloslu. Alter, da kriege ich nicht mal eine Vorlage. So ein geiles Ding. Also, nee. Lieber Erfinder von Rocket League. Dass ich dafür keine Vorlage kriege, das heißt doch, dass in dem Spiel irgendwas noch nicht stimmt. Irgendwas stimmt doch ja nicht. Ach so, das ist ja erstmal. Ja. Du musst den eliminieren. Die Batterie ist bald leer. Das sieht gut aus. Deine? Ne, deine. Cool. Nein. Ich liebe Batterie. Das ist keine Batterie, das ist ein Akku. Warum sagt ihr die Batterie-Batje? Ne, das hat eigentlich gesagt, was ich gesagt habe. Cool. Ich bin so rein. Ach, so schnappen. Ja, das sehe ich. Ähm, Motto, habe ich? Verabschiedung. Ah, doch nicht. Verabschiedung. Ja, habe ich. Ist sie da? Ne, danke. Von bei, musst du da hin. Und nicht mich. So, uh, der kommt nicht fertig, der kommt nicht fertig. Parade. Ähm, wo bist du? Endlich wieder Sound. Mitte. Mitte Stark. Hm. Fuck. Vornehin, vorne, hinten, vorne, hinten. Bis hinten, bis hinten, bis da. Ah, du bist dann bald, okay. Hab ich. Oh, da musst du, musst du. Okay. Ich bin wirklich nur, ich könnte doch Demolition Derby spielen. Das würde, glaube ich, viel mehr Sinn machen bei mir. Sag auch nicht so. Jetzt aber, nach vorne nur. Na, vonaut. Oha. Na, vonaut Bulls habe ich. Na, vonaut. Oha, oha. Oha, oha. Oha, oha. Oha, oha. Oha, oha. Oha, nicht dein Ernst. Der ist doch überall die Dicke. Oh, scheiße, Kipo. Sind noch, ja, da waren wir noch drauf. Ja, nice. Gut. Gut. Auf jeden Fall scheinen die schon mal nicht zusammen zu spielen, das ist gut, weil die kommunizieren überhaupt nicht. So. Hast du den? Nee. Hast du den? Nee. Jetzt hast du ihn. Und jetzt. Jetzt bring das Ding. Ja. Ja. Bring das Ding. Bring nach vorne einfach. Jetzt mach was draus. Jetzt mach was draus. Warte. Ja. Ich warte. Warte. Naja. Ich warte. Jetzt mach was draus. Och Mann. Was hab ich denn hier für Problems? Oh gut. Was hab ich denn hier für Problems? Ich denke mal das war ganz okay geklärt. Och. Und wieder geklärt. Ich bin in die jungle. Ja. Der war nice. Der war nice. Ja. Was soll ich denn machen? Der kam von rechts war das. Rechts. War der. So. Ähm. Hast du? Nö. Warte. Warte. Warte gleich. Ja. 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 Oh ne. Oh ne. Das ist blind. Ja ne. Das ist richtig schlecht. Ich wurde voll abgelenkt. Warte. Hier kommt er nochmal ab. Warte. Mehr kann ich noch nicht machen. Ja. Ein Play-Off ist gerade so heiß hier. Warte. 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 Ich hab ihn weggeschubbt. Nur mal eine Luft. Was hast du gemacht ey. Ich hab den sonst nicht gemacht. Das glaub ich nicht. Ne glaub ich nicht. Was denn? Warte. 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 Oh ne. Hält der Wille ab. Ja. Ich könnte noch nicht mein Toro ziehen. Aber. Es sind nur... Ey. Können wir nur noch die Zeit rum kriegen. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Warte nochmal. Ich hab nur meine Mitte gelegt. Boah. 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 Ja. Wir sammeln Punkte. Wir sind wertvollste Spieler. Wir haben Hotschot Sterne. Und einen Tomahawk. Von daher. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Abonniert den Kanal. Wenn's euch gefeinert. Lasst einen Daumen nach. Falls nicht. Lasst es einfach. Will sein. Ciao.